Über Kmöter Wenn sie gerade nicht mit Lachen beschäftigt sind, begeben sie sich mit unglaublicher Behändigkeit auf die Jagd, um danach ihre Beute an den Händler zu verkaufen. Da ihr Land nahe der Meeresküste liegt, findet man die Kmöter an arbeitsfreien Tagen oft zusammen am Meer sitzen und die Stille genießen. Manche andere Rassen, die doch zum Beispiel die Elementarmagier, behaupten, dass Kmöter dumm oder zumindest nicht übermäßig schlau sind. Es mag sein, dass darin ein Funken Wahrheit liegt, doch gleichen sie ihre dümmliche Art mit der Liebenswürdigkeit und Gastfreundschaft aus, mit der sie jeden Fremden bei sich aufnehmen. Und mögen sie auch noch so dümmlich und naiv sein, die anderen Rassen sind sich in einer Sache einig, irgendwie muss man sie gern haben, die Kmöter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017